Ich kann's noch immer nicht glauben, dass es heute soweit ist. Mobbing, Selbstzweifel, Unsicherheit, das Gefühl nicht genug zu sein, alles Dinge, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben. Bis zu dem Tag, als ich meinen Mann kennengelernt hab und gelernt hab, mich selbst zu lieben. Heute geht einer meiner größten Kindheitsträume in Erfüllung und ich nehm euch natürlich mit. Übrigens, meine Kugel ist so groß geworden, es ist unglaublich und ich war wirklich aufgeregt. Wenn ich eins gelernt hab, dann gebt eure Träume niemals auf, haltet daran fest und ihr könnt alles schaffen, wenn ihr es wirklich wollt. Ich kann's immer noch nicht glauben, aber wir sind heute im Tonstudio und nehmen meinen allerersten eigenen Song auf. Und es ist nicht nur irgendein Lied, sondern es ist genau das Lied, das mir mein Papa mein ganzes Leben lang, seit ich ein kleines Kind bin, vorgespielt hat, wenn's mir schlecht ging und auch heute noch. Wenn ich das Gefühl hatte, ich schaff's einfach nicht, es wird mir alles zu viel, dann hat mir der Song Hoffnung und Kraft gegeben. Und das soll er für alle tun. Wenn ich traurig war, dann hab ich immer gesungen und die Musik hat mir so unglaublich viel Kraft gegeben. Ich hab mich nur bis heute einfach nicht getraut, weil ich zu viel Angst vor, was eigentlich auch immer hatte. Aber ich sag euch was, es wird das Projekt meines Lebens, ich bin unglaublich stolz auf mich und der Song wird der absolute Hammer. Seid ihr bereit für die allerersten...